Oh, sie ist da. Jetzt ist sie, jetzt ist sie da. Das ist die Frage aller Fragen. Am Arsch der Welt. Ja, so ungefähr am Arsch der Welt. Aber ich dachte, ich mache das uns mal hier so ein bisschen abseits, ein bisschen weiter ab vom Schloss. Weil ich bin gerade mega nervös, muss ich zugeben. Weil ich dich was fragen möchte. Okay. Willst du mich heiraten? Wie süß, ja. Ja. Ja, möchte ich. Hurra. Ich bin so mega nervös. Aber gemütlich hier oben. Ja. Hast du extra den Platz ausgesucht? So ungefähr, so ungefähr, ja. Ich habe mich an meine alten Zeiten erinnert, aus anderen Staaten. Und da hatte ich überlegt, wo kann man sowas abziehen? Wo kann man das machen? Ich hatte erst überlegt, ich fahr zum Mount Chiliad hoch, aber wenn ich da runter rausstelle, ist Feierabend. Ja, das stimmt. Da habe ich gedacht, nee, da macht das lieber nicht. Und da habe ich gedacht, habe ich mal die Karte aufgemacht und habe geguckt, wo kann ich denn hingocken dafür. Und da habe ich gedacht, hier oben ist eigentlich ganz geil. Hier bin ich oft sehr gerne. Oder unten am Strand, wo wir uns getroffen haben, wo wir uns denn, naja, zusammengefunden haben, sage ich mal. Oder woanders und dann, naja, hier oben ist bestimmt auch cool. Als Location, dachte ich. Kopfschmerz. Sie hat ja gesagt, hurra, hätte ich jetzt nicht erwartet. Geil. Oh. Mir fällt ein Stein vom Herz. Oh. Das hat mich jetzt echt, echt, real life sogar mitgenommen, ein bisschen. So. Alter, weiter. Krass. Schön. Also, ich muss schon sagen. Mir läuft nur der Rotz nicht. Die, aus der Nase so ein bisschen. Fenster offen. Ist kalt. 8,6 Grad. Kalt. Boah, Junge. Geil. Geil. Einfach nur geil. Dass das so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Da kommt noch was im RP auf mich zu. Finde ich richtig gut. Schön, dass Saphira da auch mitspielt. Hätte sie jetzt nein gesagt. Ich glaube, ich habe mich erschossen. Ich glaube, mehr brauche ich nicht. Als Beweismaterial, sage ich mal. In der Aufnahme brauche ich jetzt nicht mehr. Der Rest wird dann ein bisschen privater gestaltet. Schön. Cheers. Cheers.